Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk, Assassin's Creed 3, 3, nicht 3, 3, so, ähm, ja, ach, ist das nicht schön, ja, ein schöner Ausblick, ein kleiner See, naja, ein See, die Landschaft, ein Schluck Kaffee, mhm, einfach nur wunderbar, so, ja, unser Kanus liegen hier draußen, und wir gehen erstmal zu unserem Dorf zurück, wo wir, äh, irgendwie eine Versammlung abhalten werden, Oh, Nasio, mal gucken, was die wollen, ich glaube, die wollen unser, äh, Jagderfolgnis da sehen, aber erstmal ist, glaube ich, das ist die Älteste, die Mutter, hä, die neue Anführerin, sozusagen Was? Hey, ihr könnt ja Deutsch! Entschuldigung Ah, es wird bestimmt viel gelesen für mich nachher noch werden Okay, keine Worte Kriegen wir einen Anschluss, oder was? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, versteckt. Ah, ja. Ich glaube, das habe ich gehasst, weil das echt fies wird, das Fliegen. Das habe ich schon damals verkackt. Was hast du mit mir gemacht? Meine Form gelegt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Ja. Wir haben Jahrtausende auf deine Anerkunft gewartet. Du, der du ihm das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Sehr wichtig, dass du nie wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Ich muss mich echt konzentrieren, da ich hier nirgendwo gegenknalle. Im besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich weiter auswählen wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Nein! Ernsthaft? Kurz vorm Ende habe ich das vermasselt. Oh, ich habe das schon damals gehasst. Wie die Pest, ey. Ja. Wir müssen jemanden suchen, der uns ausbildet. In der Kunst der Assassinen. Ja, wo sind wir jetzt? Ja. Okay. Ich hab noch nie. Kannst du gel explanation? Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Was da, ich war fast. Dass du gelingen hast. Ich hab noch nicht. Ich hab schon 10 Meter. Das ist ein Du. Das ist nicht. nicht so eine Abwärts Littlemeister. In der Zeit, die auf dem Tisch trond, dass die Landwirte sein wird, und damit sie die Tränen stehen will. In diesem Satz riechen die Fläche durchführt werden, die in den Zügel abwärts. Das ist die Landwirte, denn vom Schии der Zügel und die Etagne, und der die Fläche kämpft der Fläche. Es ist ein, wie wenn das Leben in sich der Zügel hoch betregen. Wenn ein Fischsteht und die Fläche abwärts man. Ich bin der Herr, der sich in den Hügel verletzt. Ich bin der Herr, der sich in den Hügel verletzt. Ich bin der Herr, das ist nicht so, dass ich, wenn ich das nicht mehr anstrengere, dass ich das nicht mehr als ich, dass ich das nicht mehr anstrengere, Ja, Mann. Okay, was haben wir denn da geschenkt bekommen? Erinnerungssynchron 4 beendet Geht echt ruckzuck schon Schon Nummer 4 beendet Unfassbar Es rennt und rennt einfach davon, das ganze Game Die Geschichte treibt sich so brutal voran Aber eine schöne Geschichte Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte Doch was sie immer von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste Machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles Ich hätte es selbst gewählt Doch ich selbst hatte nie so gedacht Nein, es war nicht mein Wunsch Es war vielmehr meine Pflicht Denn wenn nicht ich, wer dann? Ein Jaguar Tut mir leid, das ist Puma Wenn ich einen Puma sehe, muss ich töten So, weiter da entlang Oh, oh Gut, dass du da gesehen hast, dass das da nicht weiter geht Oh Haben wir hier einen Schatz? Okay Hier ist aber nichts Hier ist nichts Da auch nichts Na gut Gehen wir erstmal weiter Ähm Ich habe keine Ahnung, wo lang ich hier laufen muss Ja, oder laufe Gerade Ich gucke selbst nur rum Können wir hier vielleicht irgendwas finden? Okay Aha Ich höre doch da irgendwas Seht ihr? Ich wusste es Nein, 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 nein Nein Oh 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 Äh 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 Oh Äh Achso, ich sollte bestimmt bei dem Sturz sterben Okay Gut Gut, wir lassen das erstmal mit diesen Ja Wir gehen erstmal hier weiter War also nicht so geplant Entschuldigung Kann ja mal passieren Ähm Ich weiß gar nicht, wo lang ich muss Wenn du die Jagd hätte Suchst du fast da Da drüben ist sie Okay Okay Ach Mist Hallo Eichhörnchen Ach Menno Ich habe das Den Hirsch verjagt Okay Okay Ach Mist Dann halt so Was Och Das Ach Menno Auf jeden Fall eine Jagdhütte suche ich jetzt Die soll irgendwo da oben sein, okay Ja Puh Na gut Oh Hier sind wir auf einer Straße schon mal Okay Ja Nicht, dass uns hier Rotröcke über den Weg laufen Deswegen lieber ein bisschen fernab laufen Naja Fernab Wird wohl nichts raus Ah Wir laufen einfach mal hier oben entlang Ja Ja Ist doch auch mal ein Blick Oh Oh Da vorne ist denn da Waffen Nein, aber wir haben vor uns Rotröcke Das sehe ich gerade Nee Ist einer mit ein Gewehr Okay Naja Wir können erstmal noch weiterlaufen Weil der unten ist und nicht oben Der ist gut Haben wir echt einen weiten Weg vor uns Ja Puh Also Oh, er läuft langsamer Er läuft alleine Geh mir aus dem Weg Ihm nach Oh Oh, ich kriege ein Telefonat Ein Moment Ha, ha, ha Ich sollte auch mal ein Mikrofon anmachen So Ähm Was ist passiert? Ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen Ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch Und zwölf Ja, das war super Pah Mal gucken Was da passiert So Ja, natürlich wollen wir da hinreisen Wir haben ein Pferd bekommen Ich glaube, das war jetzt nicht so geplant Vom Skript her Aber Wenn die schon da hängen bleiben Kann man es ja machen, oder? Sehr schön Ja, cool Vorstellungsgespräch Finde ich klasse Na Oh, du blöder Ackergell So Liebes Pferd Ich werde dich gleich töten Und essen Ah Meine Fresse So Äh Da lang So Hier ist schon mal der Weg Wunderschön Ja, cool Ein Vorstellungsgespräch Haha Ich freue mich Geil Ah, ist doch schön Ja, mal gucken Äh Was es daraus wird Kann ich dir helfen Äh Nö Kann ich nicht Aber ich kann dich beklauen Das ist schon Okay Das war jetzt nicht so geplant Da ich dich beklaue Aber Naja, was soll's Oh, cool Also cool, dass ich halt, ja Hallo Hallo Du musst einer von diesen Wilden sein Vom Stamm der Wie heißen sie Irokesen, hä? Ja? Habe ich recht? Ja, Jesse Pinkman Nicht Terry Die Irokesen sind kein Stamm Oh doch Oh nein Die Irokesen sind eine Konföderation Konfödi wie bitte? Konföderation, du Esel Ein Verbund Eine Allianz Ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker Ja, sag ich doch Ein Stamm Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren Wen nennst du einen Bauerntrampel, du Kratzbuckliger Strolls? Moment Das geht nur ihn und mich was an Na, halt dich da raus Ja klar Kein Problem Viel Spaß euch Ah, cool Schön, kloppt euch So, wir müssen noch weiter Ah, ich hätte auch das Pferd nehmen können Naja, egal Ich glaube, das ist das Haus, ja Okay, Enten Wurde schon lange hier nicht mehr gegärtnert Kann man hier so reinlucken, oder Hier, nochmal ein kleiner Hm, na gut Dann gehen wir einfach an die Tür ran Ah, da drüben ist ja noch ein Haus So macht man das, aha Verschwindet Ich werde nicht gehen Okay Und es regnet Super Yeah Achso, ich soll jetzt in den Stall gehen Gut, dann suche ich Schutz in der Stallung Das sollte reichen Achso, mein Schlafsack ist das Okay Ob das jetzt so bequemt war Keine Ahnung Der Tag danach Na gut Und nochmal klopfen Kein Problem Vielleicht gibt es einen anderen Eingang Er hätte jetzt so machen müssen Penny 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 Tut mir leid Das war echt passend Na gut Dann versuchen wir es von hinten Bitte Ich möchte nur einen Moment deiner Zeit Verzeih mir Wenn ich undeutlich war Oder dich mit meinen Worten Verwirrt haben sollte Ich wollte dich nicht in die Irre führen Also lass mich das klarstellen Hau ab von meinem Land Ein mörrischer alter Mann Ich komme hoch Ja, ich komme hoch So, hör mir doch zu Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer Wie dir? Ah Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein Ein stolzer Ritter Der die Welt retten will Aber mach so weiter Und du wirst nur eine Sache finden Den Tod Die Welt hat sich entwickelt, Junge Solltest du auch Aber das wollen wir doch Ich werde nicht gehen Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen Warte nur, alter Mann Okay Ab in die Stallung Ich frage mich jetzt gerade Was der Kreis da ist Nochmal Hm Du wirst mein Lehrer Du musst einfach Na gut Hey, hey, hey Hau ab, bevor was Schlimmes passiert Nein Sag nicht Ich hätte dich nicht gewarnt Ui, Männer Oh Er ist besser verschwunden Als du konntest Ein Regentanz hilft dir auch nicht mehr Brauch ich auch nicht Okay Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss Autsch Du arbeitest also für den Alten Stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden Oh Vielen Dank Räum hier auf Und dann sollten wir wohl reden Ich rufe Ich rufe Ich rufe Ich rufe